Hallo Wilma, hallo Freddy und natürlich hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Wilma, hast du Lust mit mir ein Radespiel zu machen? Au ja, raten kann ich gut. Gut, ich erkläre dir mal, wie das geht. Ich gebe dir einen Tipp und du musst raten, wer oder was sich dahinter versteckt. Es geht los. Es hat vier Beine. Das ist doch einfach. Ein Stuhl. Nein, das ist falsch. Ich sage dir den nächsten Hinweis. Es hat einen kleinen Schwanz. Hm, das ist ein Tier. Ein Kaninchen? Ein Tier ist richtig. Aber ein Kaninchen meine ich nicht. Wieso kein Kaninchen? Ein kleiner Schwanz? Das muss aber doch ein Kaninchen sein. Ist es aber nicht. Hm, kein Kaninchen? Pass auf, ich gebe dir noch einen Tipp. Es gibt uns etwas, das uns ganz warm werden lässt. Ah, nun weiß ich es. Du meinst ein Schaf. Super, du hast es erraten. Juhu, ich habe die Lösung gefunden. Also, das Schaf gefunden. Das Schaf gefunden. Da gibt es in der Bibel auch eine Geschichte. Ein Hütte hat 100 Schafe. Jeden Tag ist er mit den Schafen unterwegs, damit sie genug Futter und Wasser finden. Abends bringt der Hütte die Schafe in den Stall. Dort sind die Schafe sicher vor den wilden Tieren. Im Stall ist es warm und gemütlich. Und es gibt noch etwas, das der Hütte jeden Abend macht. Er zählt seine Schafe. Das macht er nicht, weil er nicht einschlafen kann. Was meint ihr? Warum zählt der Hütte die Schafe? Ich zähle die Schafe, damit ich weiß, ob eins zu fehlen. Genau, der Hütte will sicher sein, dass alle Schafe da sind. Der Hütte kennt jedes einzelne Schaf. Hier ist Locke mit dem buscheligen Fell. Dort ist Flecki mit den krummen Beinen. Hier ist Wolle mit der dicken Wolle. Und hier ist Flocke, die wirklich alles anknabbert. Jetzt beginnt der Hütte zu zählen. Eins, zwei, drei, vier. Wollen wir ihm helfen? Lasst uns mal zusammenzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, ist das ein Durcheinander. Jetzt hat er sich auch noch verzählt. Kommt, wir helfen ihm noch einmal beim Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das habt ihr toll gemacht. Der Hütte hat es auch geschafft. Er hat alle Schafe gezählt. 99 Schafe stehen im Stall. Endlich kann sich der Hütte auch etwas ausruhen. Aber habt ihr etwas gemerkt? Der Hütte hat doch 100 Schafe. Aber nur 99 Schafe sind im Stall angekommen. Was bedeutet das? Was meint ihr? Da fehlt ein Schaf. Ich muss versuchen gehen. Oh nein! Plötzlich ist der Hütte wieder hellwach. Wo ist nur das eine Schaf? Habt ihr eine Idee, wo es sein könnte? Der Hütte weiß es auch nicht. Er macht sich große Sorgen. Er ist traurig. Alle seine Schafe hat er lieb. Auch dieses Schaf. Er möchte nicht, dass ihm etwas passiert ist. Der Hütte sagt, ich gehe und suche mein Schaf. Ihr bleibt hier im Stall, dass euch nichts passiert. Danke schön. Ein anderer Hütte meint, was jetzt? Es ist doch schon dunkel. Das ist viel zu gefährlich. Schade um das eine Schaf. Aber du hast ja noch 99 andere Tiere. Pass lieber auf, dass du dich auch noch verlierst. Doch der Hütte sieht das anders. Sein Schaf ist in Gefahr. Vielleicht hat es Angst. Oder es ist verletzt und braucht Hilfe. Er muss es einfach finden. Der Hütte wandert los in die Nacht. Er schaut hinter jeden Strauch. Er sucht zwischen den Felsen. Er wandert durch die Wüste. Aber das Schaf ist nirgends. Jetzt ist der Hütte sehr traurig. Was soll er bloß tun? Soll er nach Hause zurückkehren? Oder weitersuchen? Was würdet ihr an seiner Stelle tun? Weiter suchen. Auf jeden Fall weitersuchen. Ich brauche mal ein einzelnes rotes Schaf. Wo kann es so sein? Wo ist mein Schaf? Der Hütte sucht weiter. Und endlich hört er etwas. Dieses Geräusch kennt er gut. So blökt nur sein kleines Schaf. Jetzt ist der Hütte erleichtert und froh. Er jubelt und hüpft vor Freude in die Luft. Er nimmt das Schaf in seine Arme und trägt es nach Hause. Der Hütte freut sich so sehr, dass er zu Hause ein großes Fest mit seinen Freunden feiert. Und ihr habt euch die Geschichte vom verlorenen Schaf jetzt gefallen? Mir hat sie ganz aufgezeichnet gut gefallen. Warum war der heute eigentlich so traurig? Weil ihr das Schaf nicht gefunden habt. Ja, würdet ihr das Schaf suchen gehen? Natürlich, das ist ja ganz wichtig. Ich würde auch suchen gehen, weil wenn ich ein Hütte wäre, dann wäre ja ein Schaf bestimmt so wichtig, wie wenn ein Kind hätte. Das stimmt eigentlich. Und was hat den Hütte dann eigentlich am Ende gegröstet? Weil der war ja ganz traurig. Ja, dass er es wirklich wieder gefunden hat. Und was hat er dann gemacht? Der hat dann ein Fest gefeiert mit seinen Freunden. Und mit den Schafen, ne? Ja. Und mit den anderen Hütten wahrscheinlich. Natürlich. Die Geschichte hat nämlich Jesus erzählt. Und mit der Geschichte will Jesus uns sagen, dass er auch jeden einzelnen Menschen suchen würde. Weil wir sind für Jesus die Schafe. Und wenn wir fehlen, dann geht er uns suchen. Das ist doch eigentlich schon cool, oder? Wie findet ihr das? Ich finde es gut. Aber es kommt auch darauf an, ob man an Jesus denkt. Das stimmt. Aber alle Menschen sind für Gott wichtig. Ich finde es wirklich toll. Und wenn also ein Mensch fehlt, dann ist es für Gott auch ganz traurig. Das ist für Gott traurig und dann geht er den Menschen suchen. Mhm. Als beten wir noch gemeinsam, okay? Mhm. Lieber Gott, du bist wie der Hütte in der Geschichte. Danke, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass du uns hilfst, wenn wir in Not sind. Danke, dass du große und kleine Leute lieb hast und dich über uns freust. Amen. Amen. Good Abend.